All seiner Wiederwahl will der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu das Jordantal im besetzten Westjordanland annektieren. Das Vorhaben könnte sofort nach der Parlamentswahl am 17. September umgesetzt werden, so Netanyahu. Entsprechend äußerte er sich in einer Rede am Dienstag, die live im Fernsehen übertragen wurde. Aus Respekt für Präsident Trump und dem tiefen Glauben an unsere Freundschaft werde ich mit dem Ausweiten der Souveränität warten, bis sein politischer Plan veröffentlicht wird. Soweit das möglich ist, soll die Ausweitung der Souveränität in den Gemeinden und anderen Gebieten eng mit den USA koordiniert werden. Dafür ist es nötig, eine Koalition zu bilden, die sich dieser Politik diesen Prinzipien und diesen Sicherheitsmaßnahmen gegenüber verpflichtet fühlt. Es gibt eine Möglichkeit, dies sofort nach der Wahl umzusetzen, wenn ich dafür von ihnen, den Bürgern von Israel, ein klares Mandat erhalte. Das ist eine Win-Win-Lösung für beide Seiten. Eine realistische Zwei-Staaten-Lösung, die das Sicherheitsrisiko für Israel löst. Der Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte. Der Freund, den Israel je in der White House hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017